Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda Blog Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Willkommen zu unserem Podcast über das Öffnen und Schließen und Einstellen des hinteren Kofferraums beim Model Y. Das Wichtige zuerst, um die Öffnungshöhe der Heckklappe anzupassen, öffnen Sie den Kofferraum und senken oder heben Sie die Heckklappe manuell auf die gewünschte Höhe. Halten Sie dann die Taste an der Unterseite der Heckklappe für drei Sekunden gedrückt, bis ein Bestätigungssignal ertönt. Überprüfen Sie die eingestellte Höhe, indem Sie die Heckklappe schließen und wieder öffnen. In dieser Episode werden wir die verschiedenen Methoden durchgehen, wie Sie den hinteren Kofferraum Ihres Model Y öffnen können, sowie wichtige Sicherheitshinweise und Funktionen. Jetzt können wir ja ein bisschen ausschweifend erklären, aber vielleicht reicht ja schon die Kerninformation. Um den hinteren Kofferraum zu öffnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können entweder die entsprechende Schaltfläche auf auf dem Touchscreen berühren, zweimal auf die Taste für den hinteren Kofferraum am Schlüssel doppelklicken, in der mobilen App die entsprechende Taste drücken oder den Schalter unter dem Außengriff der Heckklappe betätigen, vorausgesetzt ein gültiger Schlüssel wird erkannt. Bevor Sie jedoch die Heckklappe in geschlossenen Räumen öffnen, wie zum Beispiel in einer Garage, stellen Sie sicher, dass die Öffnungshöhe der Heckklappe so eingestellt ist, dass sie eine niedrige Decke oder Objekte nicht berühren kann. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit und dem Schutz Ihres Fahrzeugs. Ihr Model Y muss entweder entriegelt sein oder einen erkannten Schlüssel haben, bevor Sie die Heckklappe mit dem Schalter öffnen können. Auf dem Touchscreen sowie in der mobilen App wird angezeigt, wenn eine Tür oder der Kofferraum geöffnet ist. Eine Anzeigeleuchte auf dem Touchscreen signalisiert Ihnen, dass die Türen geöffnet sind. Wenn Sie die Bewegung der Heckklappe unterbrechen müssen, können Sie dies tun, indem Sie einmal auf die Taste für den hinteren Kofferraum auf dem Schlüssel klicken. Durch anschließendes zweifaches Klicken auf die Taste für den hinteren Kofferraum setzt sich die Heckklappe wieder in Bewegung, jedoch in die entgegengesetzte Richtung, sofern sie zuvor nicht vollständig geöffnet oder geschlossen war. Es ist wichtig, den umgebenden Bereich zu überprüfen, bevor Sie die Heckklappe öffnen oder schließen, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Objekte gefährdet sind. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Im hinteren Kofferraum befindet sich eine Niederspannungssteckdose auf der linken Seite, die für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Zum Schließen der Heckklappe können Sie entweder die entsprechende Schaltfläche schließen, auf dem Touchscreen berühren, zweimal auf die Taste für den hinteren Kofferraum am Schlüssel doppelklicken oder den Schalter an der Unterseite der Heckklappe drücken. Wenn die Heckklappe beim Schließen auf ein Hindernis stößt, stoppt sie automatisch und gibt zwei Signaltöne aus. Entfernen Sie das Hindernis und versuchen Sie erneut, die Heckklappe zu schließen. Danke fürs Zuhören! Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.